Redner. Und als letzter Redner in dieser Debatte hat Eckhard Polz für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Vater von fünf Kindern fühlt man sich im Familienausschuss auch im richtigen Fleck. Und ich vermag hier auch meine ganzen praktischen Erfahrungen als Elternteil mit einzubringen. Ebenso verhält es sich mit dem Blick auf meine Mitgliedschaft in der Kinderkommission seit dem 17. Deutschen Bundestag. Und in der Zeit meines Vorsitzes in der Kinderkommission habe ich etwas gesagt, zu dem ich auch noch heute stehe. Ohne Kinder ist kein Staat zu machen. Ohne Kinder gibt es keine Zukunft. Deshalb ist es überaus wichtig, dass wir vor allem, oder wir vor allem wir Familienpolitiker, das Wohl der Kleinen in unserer Gesellschaft stets im Auge behalten. Dabei handelt es sich natürlich um einen fortwährenden Prozess der Analyse, wie wir die bestmögliche Entwicklung unserer Kinder gewährleisten können. Kinderschutz und Prävention lauten hier die zentralen Begriffe. Vor diesem Hintergrund halte ich Ihren Antragsfroger gar grundsätzlich für lobenswert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie damit auch zu einem besseren Kinderschutz beitragen wollen. Sie sprechen auch wichtige Themen an. Da sind zum Beispiel eine bessere Koordination zwischen Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen, sowie die bestmögliche Integration von Ehrenamtlichen in die Kinder- und Jugendarbeit. Aber als aufrichtiger Kollege muss ich Ihnen auch leider sagen, dass Sie mit Ihrem Antrag an vielen Stellen Gefahr laufen, das eigene Ziel zu verfehlen. Ich möchte an zwei Punkten meine Position erläutern. Zum einen wollen Sie die Vorlagepflicht des erweiterten Führungszeugnisses aufheben. Sie sprechen in diesem Zusammenhang überwiegend von Ehrenamtlichen, die in der Tat Außergewöhnliches im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe leisten. Die Gesellschaft ebenso, wie wir Abgeordnete können, uns wahrhaftig glücklich schätzen, ein solch bewundernswertes ehrenamtliches Engagement vorzufinden. Deshalb plädiere auch ich dafür, Ihnen die Aufnahme eines entsprechenden Ehrenamtes so leicht wie möglich zu machen. Da sind sich Union und Grüne sogar einig. Was uns jedoch unterscheidet, ist das Augenmaß. Ausgerechnet beim Kindeswohl, und ich betone beim Kindeswohl, wollen Sie die gesetzlich vorgeschriebene Vorlagepflicht des erweiterten Führungszeugnisses abschaffen, ohne Prüfung, ob dies auch zweckdienlich wäre. Dabei sollten wir jedoch stattdessen rein Gewissens in den Spiegel schauen und sagen können, unsere Kinder befinden sich in guten Händen. So vermag es allerdings nur sein, wenn wir den Personen, in denen wir unsere Kinder in Obhut geben, auch wirklich vertrauen können. Natürlich sehe ich das Unbehagen auch bei denjenigen, die sich eben um unsere Kinder kümmern, wenn sie dem Träger ihr weiteres Führungszeugnis vorlegen müssen. Dies gilt laut Gesetz für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe wie auch für Ehrenamtliche gleichermaßen. Allerdings muss zuerst geprüft werden, ob gleichwertige Alternativen zur derzeitigen Vorlagepflicht wirklich bestehen. Und ich sage Ihnen, gerade beim Thema Kindeswohl muss hier Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen. Angesichts dessen will ich vielmehr unserer unionsgeführten Bundesregierung mal ein großes Lob aussprechen. Sie geht äußerst bedächtig und vertrauensvoll mit dem Kindeswohl um. Sie wird die Zwecklinigkeit des sogenannten Negativattestes, welches die Grünen in ihrem Antrag vielleicht auch schon als weißer oder letzter Schlussverkaufen wollen, eingehend prüfen. Eine Prüfung wird die Regierung auch weiterhin oder hinsichtlich der Frage vornehmen, ob bestimmte andere schwere Straftaten, die heutzutage noch nicht zum Ausschluss von Tätigkeiten aus der Kinder- und Jugendhilfe führen, mit in den Katalog der ausschlussrelevanten Straftaten einbezogen werden. Vor dieser Überprüfung sind etwa Totschlags- oder schwere Körperverletzungsdelikte betroffen. Und das finde ich gut. Der zweite kritische Punkt, den ich sehe, ist, dass sie die Verantwortung für die Unterhaltung von Hilfenetzwerken scheinbar allein dem Bund auferlegen wollen. Und zwar mit der Begründung, dass Präventionsnetzwerke Schwierigkeiten wie ihrer langfristigen Finanzierung hätten. Und, meine Damen und Herren von den Grünen, ich sage Ihnen mal Folgendes. Kinderschutz und Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich sowohl der Bund als auch die Länder zu beteiligen haben. Wenn sie ihrer eigenen Landesregierung dieser Verantwortung entziehen, ist das ein Problem, das vor allem die Länder zu lösen haben und nicht nur auf Bundesebene. Wie auch in anderen Politikbereichen nach dem Bund zu rufen, das ist ja immer sehr einfach. Und ich halte es aber an dieser Stelle für deplatziert. Ungeachtet dessen bekennt sich der Bund aber zu seiner Verpflichtung, wie etwa die Anschubfinanzierung des Präventionsnetzwerkes Kein Täter werden zeigt, das sich an Pädophile richtet. Dieses übernahm das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und sogar das rot-schwarz regierte Berlin übrigens hat die Anschubfinanzierung für das Jahr 2017 übernommen. Und das nenne ich dann auch mal verantwortungsvoll. Aber zu guter Letzt möchte ich tatsächlich auch noch mal eine Sozialdemokratin zitieren. So ist sie leider nicht da. Unsere Familienministerin Manuela Schwesig, die einmal sagte, jedes Kind hat ein Recht darauf, gut und sicher aufzuwachsen. Und das, meine Damen und Herren, ist doch das, was wir alle wollen. Vielen Dank. Applaus Ich